Activision Blizzard rät Shareholdern dazu, gegen einen Report zu Belästigungsvorwürfen zu stimmen. Der Intel-Chef sagt, wir kriegen auch 2023 noch keine PS5 und Playstation sucht einen neuen Manager, der sich explizit um Studio-Käufe kümmern soll. Heute ist der dritte, fünfte 2022. Kann man eigentlich im Supermarkt einen Dosenöffner kaufen? Frage für einen Freund. Und hier kommen die News mit Jules. Activision Blizzard soll seinen Shareholdern dazu geraten haben, gegen Vorschläge zu stimmen, die einen Report über die Firmeninternen Unternehmungen gegen Belästigung und Diskriminierung fordern. Am 21. Juni soll das jährliche Shareholder-Meeting stattfinden und dort wird über insgesamt fünf Vorschläge abgestimmt. In einer Nachricht, die die Anteilhaber vorab über die Agenda des Meetings informieren soll, hat der Firmenvorstand auch eine Empfehlung ausgesprochen, für drei dieser Vorschläge zu stimmen. Bei diesen drei Vorschlägen geht es unter anderem um die Kompensation in Führungspositionen und die Wahl von Direktoren. Der Vorstand empfiehlt aber auch, gezielt gegen die beiden anderen Vorschläge zu stimmen, nämlich die Ernennung eines Direktors in Vertretung der Angestellten und die Anfertigung eines Reports über die Firmeninternen Unternehmungen, um künftig Diskriminierung und Belästigung zu verhindern. Laut dem Dokument wurde der letzte Vorschlag vom New York State Common Retirement Fund eingereicht, der aktuell über 1,5 Millionen Aktienanteile am Unternehmen verfügt, deren Wert auf 121 Millionen Dollar geschätzt wird. Der geforderte Report soll den Fortschritt in folgenden Bereichen dokumentieren. Die Zahl und damit verbundene Geldsumme, die Activision Blizzard durch Gerichtsprozesse zahlen musste, in denen es um Belästigung und Diskriminierung ging, die durchschnittliche Reduzierung der Zeit, die man dafür gebraucht hat, auf interne Beschwerden zu reagieren, die Gesamtmenge an noch ungelösten Beschwerden zu dem Thema und konsolidierte Daten zu Arbeitsstunden und Bezahlung der Mitarbeiter. Der Vorstand empfiehlt seinen Anteilhabern nun, gegen den Report zu stimmen. Die Firma solle ihre Energie lieber darauf fokussieren, direkt auf Beschwerden zu reagieren und die genannten Metriken seien nur bedingt messbar und repräsentativ für die tatsächlichen Fortschritt. Activision Blizzard bereitet sich gerade darauf vor, für knapp 70 Milliarden US-Dollar von Microsoft übernommen zu werden und hat mit diversen Fällen von sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz zu kämpfen. Als eine Maßnahme hatte man letzten Monat Kristen Heinz als Chief Diversity Equity and Inclusion Officer eingestellt. Pat Gelsinger, der CEO von Intel, warnt davor, dass die Knappheit von Halbleiterchips, die für Lieferschwierigkeiten bei den Next-Gen-Konsolen, Xbox Series X und insbesondere der PS5 sorgt, nun wohl voraussichtlich bis ins Jahr 2024 andauern wird. Das ist nochmal ein Jahr länger als bei seiner letzten Vorhersage. Inzwischen sei es so, dass auch die Werkzeuge und Ausrüstung zur Herstellung der genannten Chips eine gewisse Knappheit aufweisen, was dann wiederum die Nachproduktion weiter einschränkt. Im Oktober 2021 hatte Gelsinger noch gesagt, dass wir uns am schlimmsten Zeitpunkt befinden und jedes Quartal von nun an durchgehend besser würde, sodass die Lieferschwierigkeiten bis 2023 endgültig gelöst seien. Das bedeutet, dass es wohl auch in absehbarer Zukunft keine leicht verfügbaren PS5 und Xbox One X Konsolen geben wird. Xbox-Chef Phil Spencer hatte sich The Wrap gegenüber bereits dazu geäußert und eingeräumt, dass die Lieferschwierigkeiten in diesem Jahr anhalten werden, dass die Halbleiterknappheit jedoch nicht der einzige Grund dafür sei. Auch wenn man sie in der Regel nicht so einfach kaufen kann, gibt es immer mal wieder Konsolen-Nachschub bei den großen Online-Shops. Ich empfehle euch unseren GamePro-Ticker, wenn ihr das nicht verpassen wollt, Link in der Videobeschreibung. Sony sucht derzeit einen Director of Corporate Development, also einen Manager, dessen spezifische Aufgabe es ist, nach Akquisitionsmöglichkeiten innerhalb der Gaming-Branche Ausschau zu halten. Die Jobausschreibung an Sonys Kalifornien-Standort wurde vom Analysten Roberto Serrano entdeckt. Die Hauptaufgabe des neuen Teams und Directors wird die Marktanalyse und das Pflegen von externen Beziehungen sein, um so etwaige Möglichkeiten zu identifizieren. Die Neurolle ähnelt sehr einer ganz ähnlichen Ausschreibung, die Xbox vor einer Woche gepostet hatte, die einen neuen Manager in der Strategy & Development Abteilung des Konzerns betrifft. Yu Suzuki, der Erfinder von Shenmue, hat durchscheinen lassen, dass es aktuell keine konkreten Pläne für Shenmue 4 gebe. Wenn es den Titel jedoch jemals geben sollte, dann wolle man ihn zugänglicher für neue Spieler machen. Suzuki hatte dieses Wochenende bei einem besonderen Event zu Ehren von Shenmue einen Vortrag gehalten. Dort wurden mehrere Themen besprochen, unter anderem auch der kürzlich erschienene Shenmue-Anime, aber auch Shenmue 3 und etwaige Pläne für eine Fortsetzung. Suzuki bezeichnete Shenmue 3 als ein Werk für die Fans, weswegen es ja auch durch Kickstarter finanziert wurde. Dass es irgendwann mal noch einen vierten Teil geben könnte, das schließt Suzuki keinesfalls aus, aber aktuell gibt es darüber noch nichts zu berichten. Apex Legends wird diesen Monat weltweit auf Android und IOS erscheinen, das hat Entwickler Respawn Entertainment nun verkündet. Die News wurde bei einem Entwicklerpanel von Mobile Design Director Jordan Patz verkündet. Apex Legends Mobile wird von einem gesonderten Team bei Respawn in Zusammenarbeit mit Tencents Lightspeed & Quantum Studios entwickelt, den Machern von PUBG Mobile. So wie Apex Legends auf PC und Konsole wird auch die Mobile Version Free-to-Play sein und einen Battle Pass mit rein kosmetischen freischaltbaren Items enthalten. Das Spiel wurde von Grund auf neu mit Mobile First Verbesserungen entwickelt und soll sich gleichzeitig frisch und neu, aber auch gewohnt wie Apex anfühlen, so Jordan Patz. Zu Beginn wird es dann zehn Legenden geben, darunter Favoriten wie Wraith, Octane, Bloodhound und Pathfinder. Neben bekannten Spielmodi wie Battle Royale und Ranked soll es auch neue Features geben, über die man in den kommenden Wochen noch mehr verraten wolle. Während des Panels wurden außerdem neue Informationen zur Apex Legends Season 13 enthüllt. Die läuft unter dem Titel Saviors und soll am 10. Mai starten. Zu den Neuerungen gehört unter anderem die neue Legende Newcastle. Das waren die heutigen News. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder zugeschaut habt. Danke fürs Abonnieren, Liken, Teilen und Mitsingen. Schaltet heute Abend um 18 Uhr auf unserem Twitch-Kanal ein. Da schauen wir nämlich die Ankündigung des Warcraft-Mobile-Spiels live mit euch und danach gibt's wieder das Podcast-Festival. Ansonsten sehen wir uns morgen und denkt immer dran, ihr seid wunderschön. Lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen. Euer Jules.